Alle Räume mit keinen Fenstern oder zu kleinen Fenstern oder wo die Fenster durch andere Gebäude oder Bäume verschattet werden, brauchen eins. Mehr Licht. Die besten Möglichkeiten, mehr kostenloses Tageslicht in Ihre Räume zu bekommen, werde ich Ihnen mit einer kurzen Serie von Technik-Videos näher bringen. Und Sie können sich hierfür komplett kostenlos anmelden. Aber Moment, wer bin ich und warum sollten Sie überhaupt auf mich hören? Mein Name ist Alexander Korsch und ich habe in den letzten Jahren viele Firmen weltweit zu diesem Thema beraten und Systeme optimiert und weiterentwickelt. In den Videos werde ich einige der wichtigsten technischen Bedingungen und Parameter mit Ihnen teilen, mit denen ich das natürliche Tageslicht optimal in die Räume bekomme und ist alles völlig kostenlos. Tragen Sie sich jetzt auf der rechten Seite ein, um direkt das erste kostenlose Video zu sehen.